hallo schön dass du wieder dabei seid und grüßlich geherzt hier im 22 teil des skate 3 let's place ja die letzte prüfung lief gut jetzt brauchst du nicht üben kannst du später machen und zwar ja jetzt muss ich wieder weitermachen gucken tun weil ja letzte prüfung lief ja super habe ich innerhalb von ein paar minuten geschafft komischerweise warum weiß ich nicht und jetzt gucken wir weiter also den rosen skate haben wir grasen drin ja dann immer das okay super und muss gründen links gras grepp das ist jetzt ach so ich hätte greppen sollen moment sorry das weizen wir sehen sorry leute ich wollte eigentlich greppen greppen und nicht deppen spielen was mache ich denn da ich habe doch gekriegt hallo also so gekrabbelt oder wie sagt man dazu greppen rapschen oder wie gründe die stärkste das war echt coole jetzt so hat man sich jetzt machen ich habe da keine ahnung leute da macht er gleich genickbruch okay leute das wird ein längeres video sage ich gleich weil ich keine ahnung habe jetzt von mir wollen ja so und jetzt wird was macht er da ein prinzess kommt machin prinzess kommt schon wieder voll aufs gesicht mensch was heißt denn greppeln ich habe schon wieder vergessen leute was was wollen die mit diesem greppel dinge ins ja gründe die stärkste greppe nach rechts in die bank was soll ich da machen nein kommen geh runter ja auf damit auch leute bis ich da checker was überhaupt will ich glaube das war nix ne ne war auch nix das war arschbombe und gesicht weggelatzt das ist schon so eine wuchtbrumme echte ne das war nix kommt noch mal noch mal noch mal das kannst du besser das weiß ich das kannst du noch besser nicht noch schlechter mit ein bisschen was verwechselt man dass der junge immer mit seinem gesicht abbremsen muss das verstehe ich nicht ja ist schön wenn du den los gestanden hättest du trottel du sollst auch stehen das kann er nicht er kann das nicht mich weiß nicht was dafür probleme jetzt hat ach Leute anschaut dass ich besser werde wenn ich jetzt immer schlechter ja so bringen sich leute um ne eindeutig jetzt weiß ich warum so ein treppensturz tödlich ist echt spätestens wenn ich den dave angucke eindeutig ja das ist nix man ja noch mal bitte wie muss ich jetzt da greppeln mensch aber das war nix ne so und jetzt auch nicht richtig aber was muss ich jetzt da machen Leute ne das war jetzt auch nix das war schon wieder mit dem gesicht abgebremst ne ja der ist echt verrückt der dave ne macht mir das spaß aber es bringt mich leider nicht weiter das ist das problem ja sehr schön endlich wenigstens einer mal geschafft aber das bringt nix boah dave man leute ich mache das noch mal neu man 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 wie greppelt man moment linkes gras grepp was heißt ein linkes gras greppen ja das war es okay super jetzt habe ich es gecheckt wäre minder und ja sehr schön Leute dann wird vielleicht jetzt was wenn ich glück habe nein jetzt der fb tv ist jetzt nicht jetzt nicht okay was macht denn der honk na komm ja das war zu wenig gegründet du musst runter gründen komm hopp hopp oh nein der vergabte eier das jetzt komplett wieder der dave achtung oder er hat vergabte gleich Leute nein hat es geschafft super 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 hätte ich jetzt echt nicht gedacht sehr schön ja Leute wir werden echt immer besser das gibt es doch nicht und es dauert auch nicht mehr 45 minuten sondern nur noch sieben ja gut Leute ich hoffe das video hat euch gefallen an dieser stelle machen wir wieder traditionell einen kleinen cut und sehen uns hoffentlich bald wieder wenn euch meine videos gefallen haben dann bitte ich euch höflich mich zu abonnieren und glöckchen drücken nicht vergessen denn dann wird immer schön benachrichtigt sobald ich was neues für euch am start habe ja okay super danke nochmals bleibt anständig und vor allem sauber das heißt doch bitte den bauchnabel waschen ja gut danke bis bald tschö papa